Hallo ihr Lieben, heute ist der 20. 20. Dezember und heute ist auch der vierte Advent und in vier Tagen ist Weihnachten. Yay! Ja, jetzt zeig ich mir aber erstmal den Countdown. Ich freue mich schon so auf Weihnachten. Und wo ist die 20? Da ist sie. So. Oh, wie cool. Da kann man, wenn Nagellack über den Finger geht, kann man das weg machen. Und das finde ich so cool. Oh, wie cool. Das ist der Bleistift, den ich mir gewünscht habe. Den Bleistift wollte ich schon die ganze Zeit haben. Und ja, heute war mein Adventskalender. Yay! Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Hallo ihr Lieben, heute ist der 21. Dezember. Noch drei Tage bis Weihnachten. Yay! Jetzt zeige ich mal einen Countdown. Da oben ist die 21 schon. Geht so schnell. So, jetzt guck ich mal wo die 21 hier ist. Das hier. Oh, wie cool. Ein Frixian Stift. Und noch Minen dazu. Dankeschön. Bitteschön. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Heute ist der 22. Dezember. Wuhu! Nur noch zwei Tage bis Weihnachten. Wuhu! So, jetzt zeige ich mal den Countdown durch. So, jetzt guck ich mal wo die 22 ist. Da ist sie ja schon. Ja, ich sehe auch schon hier was. Okay. Ich weiß aber nicht was es ist. Was ist das denn? Oh, wie cool. Das sind diese Lush Cremes. Genau, das ist so fest. Lush feste Bodylotion. Cool. Genau, die riechen so gut. Die liebst du ja, ne? Ja, ich liebe die. Dankeschön. Bitteschön. So, und dann noch ein Buch. Ein Buch. Ah, die besten Schülerwitze. Wie cool. Luisa liebt nämlich Witzebücher. So, dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Hallo, ihr Lieben. Heute ist der 23. Dezember. Yay! Ja, und morgen ist einfach schon Weihnachten. Da freue ich mich schon so riesig drauf. Na ja, jetzt zeige ich erst mal den Countdown. So. So. Jetzt guck ich mal die 23. Ach, weiß ich auch schon. Geht so schwer. Upsi. So. Oh, wie cool. Noch eine CD von die 3-Folgen zwischen Kids. Dankeschön. Bitteschön. Hast du noch was zu hören? Ja. Das ist ein bisschen. Oh. Dankeschön. Bitteschön. Dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss! Hallo, ihr Lieben. Heute ist einfach Weihnachten. Yay! Ich freue mich schon so lange. Aber jetzt streichen wir erst mal den Countdown. Das ist die letzte Zahl. Letztes Mal durchstreichen. Das letzte Mal Geschenke jeden Tag. Alles das letzte Mal. Dafür gibt's heute Abendgeschenke. Richtig schwer. Da weiß ich, dass nicht so was drin ist. Ui. Oh, wie cool. Dankeschön. Bitteschön. Du hast ja immer so einen Abreißkalender, ne? Magst du ja. Cool. Danke, danke schön. Bitte, bitteschön. Bitte, bitteschön. So. Und. So, jetzt sind alle leer. Und damit würde ich sagen... Tschüss! Das war's mit dem Video. Wir hoffen, hat es gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Und wie immer grüßen wir zwei Leute. Einmal die Lea. Und einmal die Jasmin Krieger. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Frohe Weihnachten. Tschüss. 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 Texturen.